Und da gibt es nun auch noch ein Eiferbuch bei dir. Das ist natürlich ewig. Genau, jetzt kann man die Kleine gerade ganz gut sehen. Also die Brühe sind also die einzigen, die mit den Kleinen auch machen. Die Brühe ist in der Küche. Die Brühe ist in der Küche. Zwei Es ist so schön. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Tschüss.